Das kommende Album trägt den Titelschlager 2022, die Hits des Jahres. Das Album erscheint voraussichtlich am 28. Oktober über das Label Polystar. Alle weiteren Informationen zu dieser Veröffentlichung, die Vorbestellungslinks und die Titelliste findet ihr in der Videobeschreibung. Wenn ihr auch in Zukunft immer über neue Veröffentlichungen informiert werden wollt, abonniert einfach unseren Kanal. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angesehen habt.